Einen wunderschönen Freitagnachmittag. Oh, ich bin aufgeregt. Heute um 18.53 Uhr ist ja mein Live-Zoom-Call und ich mache das ja nur auch nicht täglich. Und man ist denn ja doch, man hat ja doch so ein bisschen Adrenalin. Kann man das sehen? Das ist meine Startfolie. Ta-ta-ta-ta. So, und dann sieht man hier, ich habe mich ja vorbereitet. Ta-ta-ta-tam. Das zeige ich alles. Das ist total spannend. Oh, ich gehe nochmal einen Schritt weiter und dann zeige ich mal, was ich so alles vorhabe. Ta-ta-ta. Das ist meine Agenda. Das mache ich gleich in einer guten Stunde. Wann ist es denn soweit? Uiuiui. Ja, ja. In einer guten Stunde geht es los. Wer noch Lust hat mitzumachen, weil das ist echt spannend, was ich hier vorhabe. Also das ist schon, das ist schon heftig. Guck mal, so sah ich aus vor genau einem Jahr. Ich war völlig fertig, war voll im Burnout. Also, wer Lust hat noch mitzumachen, der muss mir jetzt ganz schnell eine Mail schreiben, weil mit diesen ganzen Anmeldungs-Double-Upt-In und so weiter, das funktioniert alles nicht. Uli at Ulrike Schreiber.de. Bis 18 Uhr kann ich dich noch reinholen. Nee, bis 18 Uhr 45 kann ich dich noch reinholen. Aber dann muss ich hier ja ran. Deswegen, also, schreib mir schnell und dann bist du noch dabei und dann siehst du, warum ich so fertig war und wieso und weshalb. Und ich habe so tolle Ideen und ich habe noch ein super Geschenk. Also, ja, macht mit. Es haben sich jetzt wieder 50 Leute angemeldet. Also, wir sind wieder eine große Anzahl. Wenn du mit dabei sein willst, Nummer 51, dann mach wild. Das Gleiche muss mich noch schön machen, ich sehe ja hier noch aus, ganz verzollelt. Tschüss.